Die Satellitensteuerung stand in den Anden. Aguirre sagte, wir könnten sie ausscheiden. Theoretisch. Okay, Jungs, und jetzt beschießt ihr die Ziele da drüben. Gut, Marlow, Haggert, ihr geht an die Geschütze und feuert. Hilfst du uns denn nicht, Flip? Was, ich keine Chance, mach ich mir Pazifist. Was? Pazifist? Wie kannst du ein verdammter Pazifist sein? Tja, ist schlecht für meinen Kamamang. Damit scherpst man nicht. Ich fliege nur. Max, lass gut sein. Rauf geschissen. Damit komm ich nicht klar, du Windei. Ich schieb dir dein Kamer dahin, wo keine Sonne scheint. Richtig auch mal? Du verdammter großkontiger Scheißliberaler. Lasst uns die Landeszone säubern. Achte auf Panzerfäuste. Panzerfäuste. Sie fliehen. Das säufen sie aus. Wir sind kein Kapost. Noch einer. Okay, da unten sind nur viele von denen. Gehe im Seebeflug für euch. Ja, heuert weiter auf die Ziele. Zeig uns weiter, die Panzerbauziele abzeln und alles palettlich. Hier drüben. Haltet sie uns. Ich muss nachladen. Und du achtest auf Panzerfäuste Himmel. Haltet uns in Bewegung schnell. Sie ist so, dass ihr sie trefft. Ich sehe jetzt so, dass wir uns nicht treffen. Gut geschossen, Mahler. Da werden wir wieder. Feuer, feuer, feuer! Okay, wir können gleich landen. Feuer, feuer! Einfach weiter! Ich bringe uns auf dem Dach runter. Ja. 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 Okay, wir landen in drei, zwei, eins. Okay, los, in das Haus. Macht schon. Über den Parkplatz. Los, los. Los. Bravo, Tu, ich mach die Biege. Wenn ich beibeziehe, ich zu viel Aufmerksamkeit auf mich. Geht mit Gott. Ja. 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 Das ist wohl der einzige Weg hoch zur Station. Kalibar 50, flankieren! Lade nach! Mist! Wir müssen das MG flankieren! Schalt den Kerl aus! Das kommt von einem Scharfschützen! Sieht ihn einer! Wo zum Henker sind wir hier? Das müsste es sein. Wenn wir was anderes als Russen umliegen, können wir uns von dem Satelliten verabschieden. Fertig. Wir sollten es jede Sekunde sehen können. Gut, dass das Ding so angeschlagen ist. So ist es leichter zu hacken. Ja. Gott schütze die Franzosen. Okay. Jetzt brauchen wir den Datenserver aus dem Inneren des Dings. Okay, er hat den geosynchronen Orbit verlassen und kommt näher. Das schaffen wir nie. Sagen wir Flynn Bescheid? Ghost Rider hier, Redford. Das ist schon ein Trash losgebracht. Kannst du uns holen? Äh, bleib euch zu, hier Ghost Rider! Negativ! Von den Bergspitzen pfeifen mörderischer Schersinn! Ich kann's nicht riskieren! Sorry, Mann, aber so weit ich kann, komme ich euch holen! Ghost Rider aus! Oh, bitte! Hätte dieser Hippie-Pilot Eier in der Hose, würden wir jetzt an der Abschlussstelle Margarita schlürfen. Pflichtig, ich hab Koordinaten für die berechnete Abschlussstelle. Kommt jetzt! Ja. Ich hab Koordinaten für die Rechnung des Dings-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Gut, da ist er. Er ist nur ein paar Kilometer entfernt gelandet. Bist du dir da sicher? Herr Gitt, ich hab das Ding gerade punktgenau aus dem Orbit geholt, also bitte etwas Respekt. Ein wenig. Sarge, wir brauchen ein Fahrzeug. Alles klar, da drüben ist eins. Im Dorf gibt's sicher ein Fahrzeug, das wir uns leihen können. Max? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du auf ekliger Scheiße rumkaust? Ja. Prost! Davon kriegt man Krebs. Mir egal. Hast du eigentlich schon mal holländische Minze geraucht? Was ist mit dir, Sweets? Äh, ich hab nur wie wild rumgehustet. War abschließend. Okay, das könnte jetzt wehtun. Okay, das könnte jetzt wehtun. Du hast ihn erwischt! Sicher! Ausrücken! Was ist mit dir? Wir sollten uns von der Hauptstraße fernreifen und hoch auf die Dächer kommen. Wo ist Pergett und was habt ihr mit ihm gemacht? Sofort jemand an das beschissene MG! Verwägen uns! Verwägen uns! Verwägen wir uns! Häh! Wir haben ja nicht drauf hier. Stellung halten. Fertig sind und noch mehr! Schmeizung! Sitzel! Steigen! Wir haben ihn! Wir setzen ihn und holen. Wir haben ihn! Was ist unser notre? Wir sind nicht aufnehmen! Schauen wir uns! Weiss! Wir sind ein bisschen zu sy Jubel! Ich mache den Weg! Ha! Das ist schön, China! Ich habe den Weg zu dem Fuget. Ich habe ihn mit dem Fuget. Ich habe ihn mit dem Fuget. Ich habe ihn mit ihm rausgebracht! Hands up, aus. Drei, ich kurz? Halt mich! Ck? Halt mich! Kudelte ihn! Wir können den Jeep hier nehmen. Gib mir die Ankunftszeit des Satelliten, Sweetwater. Berechneter Einschlag in plus minus vier Minuten, aber keine Ahnung, wie präzise das ist. Lasst uns aufbrechen! Das war's für heute. Das war's für heute. Perfekt! Pass auf den Abhang auf! Da geht's steil nach unten! Ihr müsst weiter pressen! Moment, da ist eine Richtungsverzögerung! Langsamer! Wir können nicht bremsen! Wir können nicht! Mehr Feinde! Verstappen! Hol' ihn dir! Vollstreffer! Heide! 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 Heilige Scheiße! Die Beuter ist drauf! Mach schauen! Los! 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 Pressen! Wir müssen zur Absturzstelle! Los! 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 Da kommt der! Leck! Che Gueye hat nicht gesagt, wie groß das Ding ist! Heilige Scheiße! Das ist das schönste, was ich je gesehen habe! Ach! Lasst uns einfach den scheiß Satelliten holen! das? Los! Den scheiß sunt darauf! Das ist das schönste!